hier hat das ganze also sein anfang genommen und hier nimmt es auch sein ende hahaha so alter ganz schön verwinkelt hier der laden zeitvoll abzugehen zeitvoll abzugehen ach ja ob ich hier auch mal eine scooter featuring folge mache das ist eine gast die maulwurfsratten was sind doch schon wieder gar keine mehr da da eben eine blechdose gehört ach ja geil warum ist doch gar nichts mehr die olle ist doch umgefallen war das deine frau doch ja du wolltest doch sie nicht alleine in den hades gehen lassen was macht ihr da hinten vögel ich bin hier vorne ich mache hier amageddon alter schwede was ein riesengroßes gebiet hier noch auch das noch kriegen wir hin ja weißt du dann da latscht man hier die ganze zeit dran vorbei an dem kram und kriegt gar nicht mit dass hier noch so viel zu erkunden ist wir können noch wunderfleisch machen aber näher war wodka terpentin wenn man maulwurstrattenfleisch mit terpentin mischt ob das irgendwie funktioniert oder mit jet so hat haben hier die station ist der verrückte moment war erstmal das bescheid wenn ich jetzt mal wüsste ich will da noch mal ich will da noch mal rein weil das war noch einige abzeiger wo ich nicht hingegangen bin naja ich erinnere mich ich erinnere mich nicht das ist ja großartig hier guck mal und stimpaks kriegen wir auch noch und ihre kisten aber auch ja 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 auch wie ich schon sagte oder noch nicht zu ende gebracht habe also ich hätte nie gedacht dass ich irgendwann mal in Hogwarts legacy sein würde aber in der letzten aufnahmesitzung ist es dann passiert den bosskampf abgeschlossen ohne dass der boss in irgendeiner form auch nur zum schlag kam das sehe ich auch so mein guter aber weißt du warum komme ich da nicht durch ja also scheint so zu sein dass wir hier so eine kleine klein wenig in der sackkasse sind der gast gesagt ja nö also gut müssen also wieder zurück den gleichen weg zurück und halt die abzweiger nehmen die wir noch nicht erkundet haben aber dann will ich auch endlich mal raus hier also die offenen lieferanten dürften inzwischen wieder am start sein da bin ich mir mal ziemlich sicher wie viel ist schon wieder aufgenommen 37 minuten also wir hatten das letzte mal irgendwie so ja wenn ich mal die abstürze abrechnet zwei stunden würde ich sagen muss das hier stinken digga so naja das hatten wir schon alles geplündert ja hier war so eine kleine einbeulung ja und das nächste spiel das jetzt kommt also wie gesagt das ist ein rpg man ist zwar mit einer knarre unterwegs aber es ist kein vollwertiges ballerspiel weshalb ich schon eigentlich damit rechne dass der eine oder andere von euch enttäuscht sein wird denn ich höre schon die fragen und wann kommt denn endlich far cry 3 ja so viel spiele so wenig zeit das bescheid so ja haben wir da schon wir haben hier eigentlich überall weißt du wenn wir hier irgendeinen abzeiger verpasst haben ist mir das auch mal egal wir haben jetzt wirklich unser bestes getan hier so viel zeit zu verschwenden wie geht so da kann man raus ich möchte noch mal hier irgendwie so ein bisschen lang das hatten wir ja hier schon ja ich bin hier vorne habe ich habe gedacht hier wäre vielleicht irgendwie so eine kleine lüge oder so wir wissen kommt raus hier was kriege ich meine viertel millionen auch niemals ich glaube im kreis gelaufen kann das sein da ist noch oder bin ich darunter gekommen ja da bin ich runter gekommen genau hier geht es dann auch raus kannst du mal sehen naja hier war der total radar zeit voll abzugehen gut eingeparkt das teil stecke fest hallo ich kann mich gerade schlecht bewegen hier was ist hier los ich springe hier gerade und versuche hier durchzukommen einmal kann auch nicht aufstehen kann ich von hier aus teleportieren vielleicht wahrscheinlich nicht aus dem dungeon raus teleportieren geht mal gar nicht ja schnelles voraus drankommen ist von hier aus nicht möglich steve alter jetzt darf ich die ganzen viecher hier lang schieben oder was weiß ich kann nicht mal rüber hüpfen über den also hier steckt man fest kann man hier durch welche geht es lang okay alles klar wunderbar ich hatte schon schiss ja ich hatte schon schiss jetzt komme ich wieder nicht vorwärts spiel macht langsam komische dinge hier ich mach mal lieber einen speicher stand ich hätte mal einen dedizierten machen sollen wenn man nur schnell speicher macht kann das durchaus gefährlich sein speaking of wenn der eine schnell speicher stand hat irgendwann nicht mehr funktioniert ach so hier ist das labor von dr wasch krampe ja ja lieber wasch speichern naja haben wir spaß oder haben wir spaß lokale karte da ist die station da ist schon der jury street tunnel heißt aber wir gehen jetzt zur station ich habe jetzt ich habe jetzt wirklich die nase voll zeigt dieses let's play zu einem ende zu bringen und zwar zu einem würdigen ja noch habe ich noch habe ich kaffee noch habe ich t noch tut mir hier gar nichts weh da geht es hoch okay alles klar wir sind gleich draußen um was wollen wir hätten das draußen wieder die talons laden so schnell wie spawnen die nicht oder ich weiß es nicht nach all diesen folgen weiß ich das immer noch nicht und wir sehen mal ja fahrt 23 und so nah also ich hätte ja so viele auswahl zum beispiel was ich auch gerne hätte wäre hitman absolution da habe ich mich nur ein bisschen rein gespielt aber war sehr sehr lustig schon wir sind fast voll mit inventar geschichten weshalb ich jetzt eigentlich ich wollte ja eigentlich ja eigentlich eigentlich wollte ich ja diese neuen quest mehr ja wollte ich zweifelst du daran sollte ich ja schießen ach ja der augenbot ist ja auch immer noch mit uns unterwegs der ist mal so unaufdringlich ne also andrew eigentlich auch und der und der kleine macht auch kein stress spaß wiederum so rein des megaton haus seid ihr auch alle da die ganze truppe ist am start ich gehe mal hier hoch habe irgendwas was ich reinpacken möchte doch die super mutanten blutproben wie weißt du was die linie nichts die nehme ich mit als er dann wieder in die zitadelle kommen und uns der herr mit dem grünen geschlechtsteil auf dem rücken über den weg läuft ok ja acht stunden dürften reichen tatsächlich 46 minuten schon wieder kein absturz sagte er wachte auf und dahin das ist doch nicht war hier warte mal was wir lange nicht mehr gemacht haben körperteile wieder herstellen rat entfernen ja und noch ein neues gemisch erstellen und schau ihr könnt da oben bleiben vorstehende ecke neben weihnachtsbaum ja es ist ja jetzt was ich weihnachten dürfte jetzt schon vorbei sein nach diesen folgen es dürfte auch schon das neue jahr sein ist das wir machen weil die sitzung diesmal nein diesmal will ich nicht du musst es ja auch nicht immer laut stellen doch muss ich das hat jetzt schon wieder tradition die brasse lantern ja hier sollten wir auch noch bier abliefern willkommen was kann ich für sie tun ja schön sie zu sehen du sprichst ein problem neuerdings immer die zwei bier und gibt mal deine stimmpark nur fünf jäger war gar nicht cool haben wir nicht irgendwas teures nie erst rausgewehr wird man nicht verkauft ausnahmsweise okay okay ach kommen die ganzen rüstungen einmal kurz hier ja wir haben heute noch nichts aus dem kühlschrank geholt das ist irgendwo es ist erschreckend so noch 25 jahren kriegt er die ich habe mich gesammelt das bier nein ja da habe ich gerade eben gesehen kommen sie jederzeit wieder sagt nicht ich habe bier gesammelt und wieder verkauft wahrscheinlich geht los drinks ja okay ich muss darauf achten dass ich nicht wieder bier verkaufe ich habe irgendwo mein ganzes bier verkauft ja man kann ich an alles denken okay einmal bitte einmal könntet ihr das sein lassen moin sie sind doch alleine hierher ja 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 der spricht auch englisch nicht okay gib mir mal ich hab mir mal alle deine medizin ich mach das jetzt standardmäßig dass ich ihm seine ganze medizin abkaufe so wunderkleber wodka terpentin tasse 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 das lieber nicht das hier ja das auch als mir ist die gar nicht ich mach das jetzt einfach alles leer nee wäre eh nicht gelaufen das ganze messer 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 die mesmetron energiezellen haben wir auch immer noch alter schwede zu viel bauwurstrattenfleisch ich bin mal gespannt wo wir am ende des ich will ich will ihm nur nicht seine medizin wird zurückverkaufen tschau okay ähm müssen doch gehen ok ich bin mir mal kurz ein bisschen kram sind sie fertig irgendwas nicht genug aber gerne doch das altmetallkasten ja das kann schon mal passieren ja das will ich aber haben ok ach so er braucht ja sowieso nix er ist ja gut ausgerüstet er hat nur rüstung und ich wie man sieht und seine waffe auch immer die hat er eingebaut hoffentlich haben sie ich werde mir das gut überlegen ob ich vielleicht noch irgendwie zum ende der aufnahmesitzung die das licht auspustet das ist mal so was von klar also langsam sind seine ressourcen auch am ende das ist diesmal nicht schwer glaube ich ähm na komm da ähm alter bist du eine hinterhältige kuh ähm ähm Bis zum nächsten Mal.